verflext noch mal hallo und willkommen und herzlich willkommen zurück zu fast guy ja komm hier machen wir gleich mal nehmen wir gleich mal mit hier müssen wir hier müssen einfach alles alles muss raus hier haben eigentlich haben wir so gut wie fertig renoviert so ach eigentlich kann man auch nie genug renovieren muss ich dazu mal sagen wenn kartoffel zu kartoffel und hier machen wir mal ja eigentlich haben wir auch noch gar nicht genug renoviert quatsch eigentlich fertig renoviert aber und eigentlich eben nicht wir basteln hier mal so rum kommen da kommen tische hin würde ich sagen als wäre das hier so eine obwohl sie stehen ja voll im weg das gucken wir uns alles später an ja geil jetzt kommen wir nicht mehr ich bin profi profi am werk so und wir haben fisch gefangen das muss ich doch mal kurz hier rein und da ab auf den grill wir brauchen als nächstes mein gott das sieht ja echt geil aus ne hier so unser kleines pflanzenstudio als nächstes was machen wir denn als nächstes guck mal da hinten leuchtet doch die ganze zeit so ein schiffswrack teil das holen wir uns mal eben hier ist ja auch noch mal ordentlich und hier auch mensch nein immerhin getroffen und noch ein fisch also jen wenn das mal nicht lecker fischfang ist alter schwede was geht denn hier ab wir brauchen nie wieder kupfer zu mangel zu leiden krasses wir haben ja nein 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 auch mensch jetzt wo ich den dann hingepackt hier und dann und seinen propeller auch scheiße selber gleich gejagt krass hat er uns gar nicht hatte schon zu früh gefreut hier brauchen wir hier ist das genau so was brauchen wir ein bisschen dördigen dort mitnehmen ja jen wenn das mal nicht eine fischfanktour ist auch in der letzten folge wir haben ja echt einiges an fisch mit fisch mit so und ich würde sagen hier an diesem dort platz stellen wir mal ich denke er hat das gerade acht da unten so so viel dazu es gibt hier noch eine etage tiefer da unten muss ich da noch mal kurz auf blubbert hier durchs wasser hier geht es auch tiefer und da sind die tiere gar nicht mehr so nett da unten das sieht dann auch ja das sieht aus wie eine ganz andere welt da unten das geht noch tiefer und da wollte ich noch nicht hin das will ich euch noch vorenthalten warte mal haben wir hier oben gerade eine neue basis entdeckt oder ist das sowieso schon unsere ich weiß es gar nicht mehr alter das ist so lange her muss ich gerade mal gucken ich glaube ich habe hier eine neue basis entdeckt oder das sind nicht unsere scheiße unser propeller ist gleich alle ja na mensch die räumen wir leer würde ich sagen krass dann können wir uns gleich einen zweiten herd da rein stellen oder brauchen wir so viele basen brauchen wir die glaube ich nicht oder hier kommen eisenmangel gleich wieder wir brauchen aber die chest warte mal können wir den nicht removen ja take all ich hoffe das war jetzt nicht dieser ähm monster bohrer also der der gute ja doof ist dass man keine fensterscheiben abbauen kann das wäre ja hier gerade mega der vorteil ähm ich würde sagen dieses ding lassen wir mal hier falls wir bauen müssen beziehungsweise hier nochmal zurückkehren und dann bauen müssen komm mal hier glasscheiben und neue böden das ist immer gut und glasscheiben und wie heißt das manganese manganese erinnert mich an langnese so das wollte ich nämlich haben nein habe ich da gerade wieder was reingepflanzt ich dachte schon ähm das sind ganz normale drills remove die wollen wir nämlich nicht haben wir wollen das hier und noch wo steht eigentlich wie viel luft wir haben ach ja da äh habe ich schon fast wieder vergessen wo das steht gut inventory voll na gut aber so küchenmöbel brauchen wir im grunde auch nicht mehr da haben wir doch schon ein bisschen was was wir brauchen ist das hier aber das ist ja geil haben wir gleich eine neue base gefunden aber unsere ist sowieso cooler weil die einfach ein stockwerk tiefer ist das ist ja carrot seed nehmen wir mit würde ich sagen ist ja geil hier seaweed brauchen wir nicht weed ähm potato carrot seed die können wir direkt da ran ach moment wir haben ja noch andere naja ähm hier das brauchen wir auch nicht remove ähm so äh sollen wir die karotten mitnehmen ne die lassen wir mal jetzt oh alter ich habe mich gerade erschrocken ähm oh ich mag die melodie so gerne schade dass die auch bei minecraft immer so sporadisch einsetzt ähm das sollte man eigentlich ich kann ja mal extrahieren und so grundsätzlich spielen während wir spielen ähm ja finde ich das eine gute idee das mache ich fürs nächste mal ähm wer greift hier wen an ach geil guck mal barracuda meet und wir haben schon wieder Hunger alter wie kann man denn so viel Hunger haben und wenn wir nämlich die ähm Musik separat spielen dann ähm hört die genauso wie jetzt eben nicht auch äh ständig im Pausemenü auf älter stirb aua ein bleeding scheiße ähm wir bluten wir bluten wie machen wir das hiermit geil ich dachte schon wir hatten keins oder wir haben keins aber wir haben ja doch was äh maybe I could make one äh with seaweed haben wir doch schon haben wir gar nicht voll gut ähm inventory voll können wir das jetzt nicht mitnehmen ach das ist cooked fish ja warte mal dann eaten wir den einfach mal und dann haben wir hier äh nicht uncooked food fish fish food ähm ist quasi sushi noch ist sushi gut ähm ich weiß gar nicht ist sushi äh grundsätzlich immer roh weiß ich gar nicht ist hier noch seaweed äh ne quatsch fish okay vor dem schwimmen wir schnell weg und hier unten wir äh das bringt gar nichts wenn man den Propeller hier runter düst was ich nämlich machen wollte ist hier in den Dirt äh so ein Ding aufstellen oh oh ein Gobul ähm wo ist denn hier der Dirt Tyler Dirt hier ist der Dirt würde ich sagen oder ja geil genau richtig als nächstes müssen wir wieder zurückdüsen naja so still ist es ja hier unten nicht scheiße uns zischt gleich der Rücken äh der Fisch in den Rücken oh und das klingt so ey wir haben hier Fisch haha der sich mit uns anlegt äh inventory voll Mist was äh schmeißen wir denn jetzt mal weg hm ich bin echt überfragt können wir nicht wegschmeißen das holen wir uns gleich wieder nachdem wir den Kram in die Kisten gestopft haben so haben wir jetzt hier oben eine Kiste äh eine Treppe eine Leiter meine ich angemacht geil cool da können wir direkt jetzt hier den haben wir da ja da haben wir noch so einen ähm dann stacken wir den direkt und hier können wir alles harvisten ey voll gut wir haben genug Essen und wir brauchen wir müssen äh hier mal hier hin ähm und jetzt mache ich hier erstmal den Wohnungskram rein und hier die bauen wir jetzt erstmal unten alle auf ähm das und dann kommt das da rein geil der Ofen läuft Ofen ich habe ja mal äh eine Zeit lang in Wien gewohnt heißt übrigens Joint auf österreichisch und für für mich als Deutscher beziehungsweise ein Kumpel hat mich besucht da waren wir feiern und dann sagt er oh geil und gleich zu Hause machen wir schönen Ofen an und essen Pizza für uns so Deutsche gewöhnliche Aussage alle Österreicher gucken uns an und sagen oh können wir mitmachen hä wir haben nur eine Pizza ja das war äh ein bisschen witzig das war so unsere erste Ofenerfahrung in Österreich also falls sich äh unter den Zuschauern hier ein Österreicher befindet ich habe natürlich alle gerne ähm ich habe da gerne gewohnt und da wird jetzt jeder Österreicher sagen aber Wien ist ja ne also Wien ne aber auch in Wien leben nette Österreicher habe ich da jetzt Kartoffeln haben wir unten Kartoffeln reingesteckt ja ne ähm so weil Bohnen Bohnen sind ja nicht so so genial also würde ich mal so sagen die machen ja nicht satt älter aber davon kriegt man ja richtig viele ähm naja blub 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 und hopp ähm wir können eigentlich ich weiß auch schon was ich ein Stockwerk tiefer bastel ähm ich würde sagen nochmal genau das gleiche aber so aber da können wir hier nicht da müssen wir hier anfangen so okay das sind cooked potatoes ähm green bean ne wir haben doch Mensch wir haben doch Kisten wir können doch hier überall machen wir mal hier so Essen rein und so ne äh hier machen wir nur ach guck mal Carrot Seed die nehmen wir gleich wieder mit packen die mal unten ähm diesen Apparat hier ist da überhaupt was drin ein kleiner ah doch jetzt ein kleiner Pups ähm hier packen wir auch Dirt rein und ja jetzt können wir mal gucken was haben wir denn hier denn hier ähm 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 genau das packen wir jetzt erstmal alles wieder hier hin so das können wir stacken und ach guck mal da haben wir ja noch genügend Iron und und jetzt nehmen wir die Kisten noch mit wir können ja auch große Kisten basteln aber ich würde sagen jetzt nehmen wir erstmal die ähm und jetzt gucken wir uns erstmal an was man denn genau hier so rein basteln kann ich würde sagen wir können ähm ja ich bin der schlauste ähm jetzt machen wir so dann haben wir hier so einen riesen Küchentisch Mann ey ich bin echt nicht so so schlau ne wie ich aussehe ähm machen wir das ganze nochmal so zack muss man zwar immer drum rum laufen aber ich finde das doch gemütlicher als wenn da nichts ist ähm und vielleicht kommen ja mal Gäste vorbei dafür braucht man schon ordentlich Platz ne man weiß es nicht man weiß es nicht hier äh komm ja wir bauen ja so eine Küchenbar auf oder so hier da kann man so machen so doch das ist das finde ich ganz gut so das sieht doch in Ordnung aus ähm haben wir ne da haben wir nicht Möbel wir haben hier Möbel reingetan ähm da packen wir auch das rein und den Herd aber eigentlich müssten wir da doch Glas reinpacken aber Glas ist ja auch eher eine Ressource deswegen machen wir das lieber so ähm den haben wir jetzt haben wir das gekocht jetzt kochen wir nochmal den ähm was können wir denn hier so machen hm machen wir sowas was brauchen wir denn dafür Fertilizer das das finde ich ja immer noch doof dass man da nicht hochgucken kann und das Spiel wird auch nicht mehr geupdatet soweit ich das gelesen habe kann natürlich immer sein dass ich mich irre dann please comment ähm aber das finde ich ein bisschen schade weil das Spiel hat echt enorm Potential und kann so geil ausgebaut werden macht aber keiner schade was wir jetzt erstmal machen sind Fenster finden wir das mit und ich glaube hier haben wir auch noch welche genau so nicht unter Furniture hier ist das Glaswall ach ok dafür brauchen wir ähm Kupfer und jetzt haben wir keins mehr ähm gut hier wir wollen das ja schön hell hier haben so und hier vorne natürlich auch wir wollen ja wissen was um uns herum passiert wenn wir aus unserer Luke steigen nein schnell wieder hoch und jetzt haben wir Hunger guck mal hier 50 voll krass zack jetzt haben wir fast keinen Hunger mehr und das hier 20 nehmen wir auch so und Moment da hinten lag doch noch so ein Stück Fleisch oben ähm können wir da eigentlich Scheiben ran machen nee und zwar lag hier oben noch irgendwo ein Stück Fleisch hatten wir das nicht ähm vergessen vielleicht ein höher ist wahrscheinlich schon weg weil wir so lange gewartet haben Mist naja jetzt werde ich gleich erstmal die Extractor ausräumen wir brauchen ja wieder ein neues Kupfer und was ich mach damit ihr dran denken ist äh den einen Pfeil da unten äh Pfeil oh guck mal was ist das denn ha Gold so da nehmen wir natürlich alles mit krass das ist gar nicht so wenig gewesen und hier nochmal wieder gar nicht so wenig so und ich sehe gerade wir sind schon wieder am Ende einer Folge also auch so von außen muss ich ja sagen hoch huch Moment sieht ja schon geil aus oder unser unsere Bleibe oh sorry jetzt schießt er da oben also im Moment ich gehe kurz noch eine Etage höher würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut tschüss ist